Ja, this is going down for real Hallöchen meine lieben Leute und einen wunder-, deftigen und kräftigen schönen Tag Und heute sind wir wieder hier drin Leider ist ein Aufnahmestart von mir gefällt Das habe ich aber erst später bemerkt, deswegen sind wir bei mir in der Base Ich hoffe das ist für euch nicht ganz so schlimm, dafür sind wir auch jetzt zurück Und können hier schon mit vollem Elan in die nächste Folge starten Ähm, Essen habe ich hier auch schon reingepackt, das heißt Wir können, oh ne, war gerade gar kein Essen Okay Ähm, wie gesagt, das war schon letzte Folge, das war schon zwei Tage her Dann habe ich abgebrochen, weil ich keinen Bock mehr hatte Und dann habe ich mich dann wieder hier eingefunden Jetzt gehen wir nach einem Tag wieder hier Ich mache das immer so alle zwei Tage, wenn das nicht gefällt Und, äh, ich würde einfach mal sagen, ähm, es wird eine spannende Folge Und ich hoffe es läuft bei euch auch schön flüssig, bei mir tut es das Es ist schön dynamisch geworden mittlerweile Essen haben wir auf jeden Fall noch jede Menge, wir sind nämlich kurz vorm Verrecken Da sollten wir uns erstmal drum kümmern Und, äh, machen wir gerade mal Ich denke mal, Eisen können wir immer noch machen, da haben wir auf jeden Fall noch hier mehr als genug Ähm, Essen ist aber gerade mal wichtiger, glaube ich Und wir können mal kurz gucken, also ich würde hier gerne so eine schöne kleine Hütte hin machen Ich denke mal, aber genug Holz haben wir dafür schon Ich denke mal, dafür brauchen wir jetzt nicht noch Farmen gehen erstmal Zumindest den Boden können wir schon mal rein bauen Und Essen können wir immer noch machen Und Sprinten brauchen wir jetzt nicht Und, äh, ist ziemlich, äh, momentan Die ist sehr dynamisch, muss ich sagen Aber ihr merkt schon hier, ich komme schnell neben die Spur Ähm, daneben, da nicht Das ist nicht blöd Ähm, man muss sich sehr an die Steuerung gewöhnen Wenn es ist Ja, genau Das ist mein Vogel im Hintergrund, wenn es uns interessiert Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, die Steuerung ist ziemlich gewöhnsbedürftig Wenn man vorher ein normales Minecraft getroppt hat Ähm, da hinten ist eine Schwinde, die Oberfläche des Spider-Man Ähm, hört auf dich Ach dann, dann komm Dann lass ich dich Dann lass ich dich in Ruhe So, auf jeden Fall, ähm, das soll unser Haus werden Und vielleicht können wir mittlerweile dann auch wieder uns genug Essen für Sprinten holen Ja, können wir tatsächlich Können wir oben wieder den Rest reinfüllen, damit wir wieder Eisen brennen können Und jetzt haben wir auf jeden Fall was zu essen Hab ich alles reingefüllt? Ja, hab ich Sehr gut So Können wir was essen Damit wir nicht verrecken Dann haben wir vielleicht Probleme So So Können wir auf jeden Fall wieder weiterbauen ein Stück Und mein Vogel ist gerade im Hintergrund die ganze Zeit am Pfeifen Vielleicht mal kurz ruhig gestellt Ne, Scherz Ähm Wir bauen uns auf jeden Fall mal am Boden rein Ich hab gedacht Passend zur Region Ähm, bauen wir uns auch so einen hier rein Und ich würd sagen Wir stellen die Mausempfindlichkeit ein wenig runter Tut mir leid Sonst geht es nicht mehr ganz so schnell Aber wir sind ja auch gerade kein PvP am Spielen Das heißt Oh, ein Stückchen Schweinefleisch Ah Aber sonst komm ich hier mit der Steuerung nicht mehr klar Weil ich hab die letzten Tage wieder ziemlich viel Minecraft gespielt Das ganz normale Minecraft Und ähm Da muss ich sagen Ist die Steuerung doch ein Stück anders da Und wenn man dann wieder das Minecraft hier spielt Dann das überlebt man gar nicht Weil die Steuerung hier ist einfach Sehr dynamisch muss ich sagen Allerdings kommt man damit schnell auch durcheinander Das heißt Ihr habt jetzt gesehen Ich platziere irgendwo mal anders was jetzt Irgendwo mal anders was hin Ist es halt kein Minecraft Steuerung Es ist eher Eine andere dynamische Steuerung Also nicht rund So Wir haben auf jeden Fall gleich erstmal am Boden drin Das lassen wir hier erstmal da stehen Dann hab ich mein Bock zu Jetzt das weg zu machen Ähm Oder mal gemeint haben Ähm Sondern einfach mal weil ich wirklich was anderes erleben möchte Natürlich wird das nicht so allzu lange dauern wie das normale Denn ähm Viele wollen das gleich gesagt halt auch nicht Und Kann halt auch nicht ewig dem Druck sozusagen standhalten Dass die Leute halt auch nicht wollen Dass ich jetzt auch schon nochmal Es geht aus wegen dem Video Hate war Aber auf jeden Fall hatte ich schon mal Hate erhalten Deswegen sowas ähnlichen glaube ich Und dazu hab ich dann auch nicht ewig Druck Leute Ähm Allerdings Werde ich das auf jeden Fall so lange hinhalten Wie ich jetzt Lust dazu habe Jetzt hab ich mir natürlich eine Spitzhacke Egal Haben wir eine Spitzhacke Ähm Auf jeden Fall mal Gar nicht wollte aber gut Ähm Heute auch nur 10 Minuten denke ich mal Ich hoffe ich krieg das heute mal einigermaßen geregelt Bin ja schon bei 4 Minuten Und das heißt es wird auch keine allzu lange Folge Wir werden wahrscheinlich die Folge auch gar nicht viel schaffen Ähm Ich hoffe das ist natürlich für euch nicht schlimm Und Wir werden vielleicht auch nur bis in die 20. Folge gehen Wie gesagt Seht einfach daran Wie viel die Community das möchte Wenn die Community also Ihr das weiter wollt Dann werde ich das auch irgendwie nach einer Zeit sehen Wenn ihr das nicht wollt Werde ich das auch nach einer Zeit sehen Deswegen ähm Halte ich mich da so ein bisschen dran Was ihr wollt ne Ähm Wir schlafen auf jeden Fall Ich bekomme auf jeden Fall jede Menge Erfolge auf einmal Das ist einfach mal richtig nice Und Wir haben wieder jeden Morgen Keine Menschen sind erwacht Das ist ganz gut Schwierigkeit müsste ja auf hoch sein Ne Ist es nicht Dann tun wir sie jetzt auf hoch Ähm Damit wir hier auf jeden Fall Ein coole Spielerlebnis haben Und ein paar Bäume können wir hier noch unter unsere Reckere und voll Äh Vollen genau Hellen Ähm Allerdings Bin ich dann nicht zu viel Denn ich wollte schon gerne im Wald wohnen Und ich will keine Lichtungen hier groß erzeugen Vor allem Wir müssten ja auch bald genug Baumsitzdinger haben Doch nicht Ähm Es wird bestimmt drin sein Dann können wir nämlich neue Bäume pflanzen hier Denn wir müssen auf jeden Fall den Wald erhalten Das ist ganz klar Und ähm Oh 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 So viel zu Monstern Au 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 Geht doch So die hab ich jetzt gar nicht gesehen Hab auch grad gar nicht mehr dran gedacht Dass es hier Monster spawnen könnten Oder Monster bleiben könnten Weil es ist ja eigentlich schon wieder Tag Hier sollte eigentlich keiner mehr kommen Aber gut Ähm Zufällig jetzt immer ne Ich glaube Den Rest des Stammes Den würde ich gerne aus normalem Holz machen Oder so Ähm Obwohl wir hatten ja schon Na aber guck mal So auf jeden Fall mit dem ganzen Baum abgefeilt Das ist ganz schön Entweder bleibt oder es bleibt nicht Dann bauen wir später noch was hin Ist auf jeden Fall trotzdem ganz cool Sieht dann aus, als wäre das so ein Nebenarmen Von dem Baum Vielleicht, wenn es bleibt, können wir es ja so machen Ähm Ich schmeiß hier erstmal meine Spitze Gauerschaftsverfahren Das war ein Scherz Ähm Und das wird auf jeden Fall unser erstes großes Haus Hoffe ich Die Hälfte davon machen wir jetzt einfach mal Zu Ja Normalem Holz Und ich glaube wir machen einfach mal Das Haus etwas dunkler Das heißt Wir bauen es auf jeden Fall noch um Das unten können wir eigentlich noch ein bisschen lassen Also wir gehen gleich nochmal extra dafür farmen Ich weiß es nicht Ähm Ich bin mir gerade am überlegen Was wir hier außen machen Wir könnten so Steine dahin machen Ich weiß nicht, wie das aussieht Ähm Ich glaube wir gehen nochmal Holz farmen Ähm Auch wenn es euch das wahrscheinlich Weniger gefällt Das Holz hier will auch eh Huch Das Holz will auch eh keiner in seiner Base haben Wissen wir ja hier von der Dunklen Holzsorte überraschen Und da können wir eigentlich hier noch ein bisschen Holz Von der bösen Holzseite Jetzt einfach mal bösen Ähm Zerstören Das machen wir jetzt einfach mal Außerdem haben wir danach natürlich auch mehr Platz zu anderen Das zeugt das auch ganz cool Und ähm Wer es noch nicht bemerkt hat Ähm Ich fahre ihn heute mal nicht auf die Fragen von euch ein Das liegt aber nicht daran, weil ich euch total hasse und euch gerne abhaten würde Sondern aus dem Grund, dass ich heute einfach gar keine Zeit dazu gefunden habe Die nochmal rauszuschreiben Ich weiß, dass mir welche nochmal auf Twitter geschrieben wurden Auch danke dafür Aber heute leider nicht Ähm Heute hab ich gedacht, wir machen einfach mal ein pures Let's Play Bzw. deswegen auch, weil ich heute Mittag auch schon nicht mehr da bin Das heißt bzw. ich bin heute Mittag nicht da Und wer noch was wissen möchte Wer einer erinnert, der mir noch nicht auf Twitter folgt Kann das gerne tun Dann wird er es auch lesen Aber ich kann es euch hier auch schon grad nochmal sagen Und zwar ist es eine der letzten Folgen von mir auf meinem Kanal Die mit diesem aktuellen Mikro Also meinem Meilenstein-Mikro sozusagen Ähm Kommen wird Denn Ich habe mir ein rohes Mikro vorgestellt Und das Für natürlich die nächsten paar tausend Abonnenten hoffentlich Die wir noch auf jeden Fall erreichen wollen Werden Ähm hoffentlich Natürlich mit begleiten wird Denn ein professionäres Mikro gibt es ja momentan kaum Ich glaub kein YouTuber Ähm Der eine Million Abonnenten hat das nicht Und äh Eine Million Abonnenten hat Hat das nicht oder nicht schon mal benutzt Und äh Ich hab mir gedacht Ja gut ich bin ja auch eine Million Abonnenten YouTuber Ne Scherz Ähm Ne ich wollte mir schon ein neues Mikro holen Und ich hab gedacht wenn dann schon ein richtiges Weil ähm Ich hab keinen Bock jeden Monat Oder vielleicht alle drei Monate neues zu kaufen Das ist einfach total unnötig finde ich Deswegen hab ich mir gedacht Ja kauf ich mir lieber einmal ein richtiges Dann hab ich eins Und dann brauch ich mir auch erstmal die nächsten paar Monate kein neues kaufen Und äh Das hat sich dann auch in dem Sinne bestätigt Dass es jetzt regnet Schon lang kein Regen mehr erlebt in Minecraft Also wen Ähm Wir machen wieviel Blöcke machen wir denn im Haus hoch Das ist die Frage Das ist die Frage an die Community Wir machen einfach mal erstmal einen Stock Eins Zwei Drei Vier Blöcke sind auf jeden Fall in einer schönen Höhe Können wir auf jeden Fall lassen Bis runter springen geht es erst noch gern mal ein halbes Herz Das meine ich mit seit ich weg springen Ich bin eigentlich gerade hoch gesprungen Und manchmal spinnen da die Controls Ein wenig durch Ähm Wir werden auf jeden Fall so ab 10 Minuten aufhören Und vielleicht mach ich das auch mal so wie Red Moon Red Moon kennt ja den einen oder anderen Wahrscheinlich jeder hier Ähm Und werde einfach durch aufnehmen Und werde einfach dafür mal Das meine ich Seht ihr den Scheiß Ich bin gerade hoch gesprungen und springe einfach zur Seite weg Aber okay das ist nun mal so Bunny Hope Style ein bisschen Hex Auf jeden Fall mal sagen Ähm Zwei Drei Vier Dann noch 1,4 hoch Und dann sind wir auf jeden Fall heute nochmal mit dem Hausstück vorangekommen Momentan geht es nicht so schnell voran Echt Man springt echt nach oben Seht ihr das? Ich versuche gerade hoch zu bauen Man springt einfach zur Seite weg Richtige Hex So Dann bauen wir hier das noch zu Dann werden die Stämme wahrscheinlich mal wieder nicht reichen Die Stämme Aber wir sind auf jeden Fall mal ein gutes Stück weitergekommen Das machen wir auf jeden Fall noch fertig den Kasten Ähm Für unser Haus Ich denke mal Damit kommen wir noch ein gutes Stück weiter Und die Störungen sind echt ein bisschen durchgedreht Mittlerweile Ich hätte mal Das ist ein neues Update Ähm Was ich nicht miterlebt hatte Neue Build Ähm Denn auch hier gibt es Builds Ihr werdet es nicht glauben Und wir werden auf jeden Fall diese Bäume hier wirklich weg haben aus dem Forest Wir werden hier auf jeden Fall ein bisschen Terra Building betreiben Und dann würde ich diese Bäume aus diesem Forest verbannen Ähm Da haben wir auf jeden Fall noch jede Menge Holz das wir abfelden können Und dieser Wald ist einfach riesig Und ich schätze mal Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Folgen hier dran sitzen Und ballen Wir müssen ja auch neue Bäume pflanzen Sonst haben wir wenigstens hier nur noch so einen So einen durchlässigen Ihr seht ja schon hier was passiert Sobald man hier ein paar Bäume abbaut Es fehlt eigentlich schon fast der komplette Wald Das ist einfach immer so Ähm In Minecraft Aber dem müssen wir natürlich entgegenwirken Wir haben natürlich noch mehr Bäume Und ähm Abends ändert sich der Wald auch So Changed sich der Wald hier so ein bisschen Wir haben hier zum Beispiel noch schon fast einen komplett anderen Wald Ähm Wir werden auf jeden Fall noch mal 40 holen Und ähm Auch wenn ich die Folge versprochen habe Dass ich eigentlich ähm Nur noch mit euch ähm Zehn Minuten machen möchte Machen wir doch auf jeden Fall diesen Hausrahmen noch fertig Und dann war es auch eigentlich schon Ähm Das heißt wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen Holz hier sammeln müssen Ähm Ihr merkt sich schon der Wald lichtet sich schon um ein gutes Stück Ähm Das kann ich leider hier nicht verhindern Denn wir brauchen auf jeden Fall ein paar Ressourcen Ähm Aber ich kann so ein bisschen rumrennen Und kann es so ein bisschen feinselnder machen So Ich hab gehört Ähm Wir haben jetzt ein Minecraft Projekt wieder gestartet Ich glaub das nennt sich Irgendwie Minecraft Minecraft Battle Minecraft Clashed Irgend sowas Das wäre auch ganz cool Von der Regelzeit habe ich das gesehen Und der hat auch die eine Million Abonnenten geknackt Auch äh Auch wenn er es niemals hören wird Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite Aus Und das ist ne sehr sehr langweilige Folge Aber wir haben auf jeden Fall unseren ersten Regen miterlebt Das ist auf jeden Fall ziemlich cool Beziehungsweise Ist ja nicht der erste Regen Sondern Aber guck mal wie schön schräg der liegt Der ist ziemlich dynamisch Ist das nicht cool? Schöne ich da den Scheiß mal an Wow Man da muss dieses Wow Männchen Mal sein ne Guckt euch die Die Schönheit Ja egal So äh Wir gehen auf jeden Fall mal wieder unsere Base Ähm Schon abgezogen erfunden BB 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 struggat BB 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 Und damit wir auch noch ein gutes Stück vorankommen und wir was vorweisen können. Wir sind schon bei 13 Minuten, also eigentlich war die 15-Minuten-Grenze total unnötig. Aber für euch mache ich das gerne auf jeden Fall, meine liebe Community. Da spiele ich auch gerne noch mal ein paar Minuten länger vor allem. Ich muss sagen, ich bin aus Protakos. Schreibt mir doch mal unbedingt in die Kommentare. Und das ist für mich sehr wichtig, Leute, ob ich ein Stück aufnehmen soll oder ob ich jeden Tag ein wenig aufnehmen soll. Das interessiert mich einfach mal deftigst, kräftigst. Und wir werden auf jeden Fall die Folge jetzt beenden. Und wir bauen das hier noch schnell ab. Dann haben wir auf jeden Fall hier noch einen schönen Eingang, den wir uns bauen können. Und wie der ganze Eingang aussehen wird, wie das Ganze dann am Ende uns ein bisschen begrüßen wird, das sehen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge von Let's Play Minecraft Windows Edition. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Lasst einfach mal ein Like da, das würde mich auf jeden Fall richtig doll freuen. Wenn euch das Video auf jeden Fall gefallen hat, wenn nicht, dann eben nicht. Dann freue ich mich trotzdem aufs nächste Mal, wenn ich euch begrüßen darf. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Will ich auf jeden Fall blanken. Bis dahin, ein deftiges und kräftiges, wunderbares, fantastisches, meintastisches. Ciao!